Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Quad-Bedding-Challenge, genauer gesagt gibt es heute wieder ein kleines Info-Video, ihr könnt es sehen zu den Foot-Tausch-Deals, genauer gesagt heute zum neunten Token-Spieler im Monat August. Heute schon der zweite Upload, vorhin haben wir uns um die Retro-Foot-Geburtstags-SPC schon gekümmert, ja und außerdem ist heute an diesem Dienstag noch dieser SBC rausgekommen, der neunte Token-Spieler und das ist folgender und zwar Jakobsen, neunter Token-Spieler im Monat August von insgesamt 14 und ja für alle aufmerksamen ArchieGaming-Zuschauer, die wissen, dass ich kein offizielles Video bis jetzt gemacht habe zum siebten und zum achten Token-Spieler und zwar ist am Freitag in den Wochenaufgaben, ja sind zwei neue Wochenaufgaben rausgekommen, da gibt es wie gesagt den siebten und den achten Token-Spieler zum holen und zwar bis diese Woche Freitag 19 Uhr könnt ihr euch den noch in den Wochenaufgaben holen, zeige ich euch gleich alles in der Übersicht, keine Sorge, aber das soll auf jeden Fall als offizielles Video auch dienen für den siebten und für den achten Token-Spieler, aber natürlich primär geht es jetzt darum diese SBC abzuschließen, den neunten Token-Spieler, aber wie gesagt das als Info für euch, also siebter, achter und neunter Token-Spieler gibt es momentan jetzt noch frisch zu holen und ja wie gesagt das Ganze soll wieder als Info-Video dienen, ich habe euch ja versprochen auf dem Laufenden zu halten, was die Foto-Tausch-Schilds angeht und das wie gesagt jetzt der neunten Token-Spieler von insgesamt, die Frage wird immer wieder gestellt, von insgesamt 14 Token-Spielern, denn wenn wir hier mal kurz zu den Rewards gehen, sehen wir, dass wir hier insgesamt von den Rewards her nur maximal 10 haben, keine 14 wie wir sonst immer hatten und zwar 10 für ein Prime-Icon-Pack, was wir hier uns holen können, schreibt mir gerne auch schon mal in die Kommentare, was holt ihr euch für Rewards, habt ihr euch vielleicht schon Rewards geholt, habt damit auf jeden Fall in die Kommentare, auf was ihr geht hin zum Ende hin jetzt von FIFA 19 und ja wir werden uns auf jeden Fall heute um diese SBC kümmern, gleich nochmal in der Übersicht alle Token-Spieler, welche es bis jetzt gegeben hat, welche ihr haben solltet und so weiter und welche es noch zur Verfügung gibt, unter anderem wie gesagt jetzt diese SBC, die vorhin rausgekommen ist, ja und dann habe ich vorhin ganz vergessen und zwar Husem Awa, die SBC ist auch zurück, 6 Tage vorbleibend und zwar müssen wir hier nur ein Segment abgeben, um diesen zu bekommen und zwar ein 87er-Gerated Squad mit einem Team of the Season bzw. einem Team of the Week-Spieler und einem League-All-Spieler. Die SBC werden wir vielleicht auch noch gleich in Angriff nehmen, das vielleicht für euch kurz zur Info, aber anfangen werden wir jetzt hier wie gesagt mit dem neunten Token-Spieler im Monat August, falls irgendwelche Fragen sind in Bezug auf die Fotos-Stilznummer, gerne ab damit in die Kommentare, aber wir schauen uns die SBC jetzt an und zwar mit folgenden Voraussetzungen, Deutschland mindestens zwei Spieler, Spieler aus derselben Liga, maximal sechs, selten genau zehn, Team-Gesamtwertung eine 79, Team-Spiel mindestens eine 75 und Anzahl des Spiels im Team sind elf. Falls ihr generell neu seid und an SBCs übrigens interessiert seid, in FIFA 19 natürlich, aber dann auch später natürlich oder früher bzw. ja, so lange ist es gar nicht mehr, in FIFA 20 da natürlich auch in SBCs interessiert seid, lasst gerne ein Abo da, ja, Road to 30k lebt, wäre nice, wenn wir uns so schnell wie möglich natürlich schaffen könnten, zerstört den Like-Button, wenn euch das Video hier wieder gefällt mit den Infos zu den Fotos-Stils, 200 Likes, gibt natürlich jetzt hier raus, ihr wisst Bescheid, wäre nice, wenn wir uns so schnell wie möglich machen könnten oder schaffen könnten, ja und kommentiert wie gesagt gerne, seid aktiv, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also hier wieder ein bisschen mies mit den Szenen seltenen, Rating ist sogar auch da und deshalb gehen wir da jetzt mal direkt in die Bundesliga und schauen, was wir da so für Deutsche am Start haben, vielleicht wird den einen oder anderen Deutschen sogar mehr benutzen, Untradable Jahrstein ist doch schon mal ein guter Anfang in der Innenverteidigung, werden wir uns dann für Bender entscheiden und vielleicht sogar für Vogt, zwei Deutsche hätten wir da schon mal am Start, ja und dann ist ZM, Spieler aus derselben Liga, maximal sechs, also da die Begrenzung, das müssen wir natürlich auch irgendwo beachten und da werden wir jetzt einfach mal Arangis nehmen und dann noch einen, weiß ich nicht, einen weiteren seltenen, wir müssen ja auch auf die seltenen aufpassen, Gilbermann, ah hier haben wir zum Beispiel einen Leverkusen-Spieler, das ist doch perfekt, passt schon mal von den Links her und so weiter und so fort, ja und dann haben wir auf jeden Fall jetzt komplett seltenen bis jetzt benutzt, einen Non-Rare dürfen wir benutzen und dann gehen wir mal weiter mit jetzt der Serie A, weiter geht es dann hier mit zum Beispiel einem Rodriguez als seltenen, LM haben wir nicht, haben wir einen linken Flügel aus der Serie A, gucken wir doch da mal nach, ja Gervinho ist vielleicht ein bisschen zu viel, Torö nehmen wir da mal mit, im Sturm haben wir dann welche Spieler am Start, seltener natürlich, gerne bevorzugt, zum Beispiel einen Defrel und einen Kai Isedo, ja auf der rechten Seite haben wir dann was am Start, Mittelfeld können wir mal reingehen, haben wir einen RM am Start, sieht nicht so aus, haben wir einen Stürmer am Start, rechten Flügel, auch das sieht nicht so danach aus, gucken wir mal ob wir noch irgendwas anderes haben, Premier League zum Beispiel, Rechtsverteidiger, ihn mal jetzt als Non-Rare im rechten Mittelfeld, ja gut, dann müssen wir vielleicht ihn benehmen als Non-Rare, müssen wir jetzt mal hier gucken, wenn wir hier nehmen als seltenen Verteidiger aus der Premier League, zum Beispiel ein 75er, reicht sogar, 87 Teamschmie, perfekt, mehr brauchen wir nicht, mehr wollen wir nicht, so ist das Ganze perfekt, ja und ihr seht, 87 Teamschmie erreicht, das Ganze könnt ihr, wenn ihr Bock habt, sogar 1 zu 1 nachbauen, ja und wirklich einfach nur drauf aufpassen, Spieler aus der selben Liga maximal 6 die Begrenzung und das seltene, wie gesagt, 10 am Start sind, wir geben folgende Spieler ab, Untrailable, Jahrstein, ja und ihr seht es ja, die Namen und so weiter und so fort, falls ihr das Ganze nachbauen wollt und ja, das ist auf jeden Fall eine von vielen, vielen Möglichkeiten, 79er Gratitude Squad, 75 Teamschmie, damit holen wir uns Jakobsen ab, das ist, wie gesagt, der neueste Token-Spieler, ich habe das jetzt schon x-mal in diesem Video, glaube ich, gesagt, aber wie gesagt, diese SPC ist nur ein Tag und jetzt 22 Stunden noch verbleibend, also zwei Tage ist diese SPC da, bis Donnerstag und ganz, ganz wichtig natürlich euch auch, die Freunde, euch, den Freunden Bescheid zu sagen, dass diese SPC da ist, Jakobsen auf jeden Fall abholen, wenn ihr zum Beispiel aufs Prime Icon Pack gehen wollt, vielleicht habt ihr den einen oder anderen Token-Spieler auch schon verpasst, da hast du gleich mehr, Jakobsen kommt auf jeden Fall jetzt rein in den Verein und jetzt kommen wir uns noch mal kurz vorweg um den siebten und den achten Token-Spieler, wie gesagt, da gab es Freitag zwei neue Wochenaufgaben, zwei neue Token-Spieler hier in den Wochenaufgaben, Kondogbia, Felix, alles geile Wochenaufgaben, aber hier Vortausstil-Spieler und da heißt es bereite in Rivals fünf Tore mit Engländern vor, um wie gesagt den einen Token-Spieler zu bekommen, welcher das genau ist, zeige ich euch gleich und dann triff in zwei separaten Rivals-Partien mit einem Eredivise-Spieler, ja, also das ergibt euch den achten Token-Spieler insgesamt im Monat August dann und wie gesagt den neunten haben wir jetzt quasi gerade freigeschaltet, dann gibt es noch mehrere Wochenaufgaben, wisst ihr ja Bescheid und jetzt gehen wir noch mal kurz in die Übersicht und dann werden wir wahrscheinlich gleich Husem Awar nochmal abschließen, also hier in der Übersicht haben wir jetzt alle Token-Spieler des Monats August nochmal beisammen und haben solltet ihr auf jeden Fall diesen Nimele, den gab es for free, erster Token-Spieler, zweiter war dann Harris, den gab es glaube ich als erster SBC, Babacan, Ebo Bisset und Valerie waren glaube ich in den ersten Wochenaufgaben und dann haben wir Genaro als Squad-Battles-Spieler gehabt, momentan gibt es keinen Token-Spieler in den Squad-Battles, also Genaro habt ihr hoffentlich letzte Woche bei den Squad-Battle-Rewards mitgenommen, ja und Schreck ist dann einer von den Wochenaufgaben, die wir es jetzt aktuell noch gibt, ist Freitag 19 Uhr, könnt ihr wie gesagt noch Schreck holen, Harrison ist der andere, die Aufgabe mit den Engländern und Jakobsen, das ist den Spieler, den wir jetzt eben geholt haben, da gehen wir mal kurz auf Neueste und dann sollte er auf jeden Fall uns angezeigt werden, da ist er, packen wir hier rein und haben jetzt schon mal drei Token-Spieler am Start und dann Cher, Klinsmann, Vollert und die anderen beiden, die hier oben sind, das sind die nächsten, die auf jeden Fall noch kommen werden, wann die kommen, wie die kommen, das müssen wir abwarten, weitere Info-Videos werden auf jeden Fall folgen, ihr wisst Bescheid, hier verpasst da keinen weiteren Token-Spieler und ja, insofern das auf jeden Fall schon mal zur Info für euch, das zur Übersicht und wie gesagt, hier sind die ganzen Token-Spieler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9, 9 insgesamt gibt es bis jetzt und das ist der neue Token-Spieler Jakobsen, die SPC ist gerade draußen, zwei Tage verfügbar, habe ich euch ja, wie gesagt, schon alles x-tausend Mal gesagt. So und jetzt gehen wir nochmal zum Live-Segment, das habe ich nämlich vorhin, wie gesagt, komplett vergessen, zu den Upgrades habe ich gestern schon was gesagt, da habe ich teilweise auch gestern Abend schon ein Video rausgehauen zu den Upgrades, falls ihr das verpasst habt, checkt das gerne ab. Ja und jetzt haben wir hier eine Husem Aua SPC, 95er-Karte, eine richtig gute, 4 Sterne, 4 Sterne zum ersten, Hochmittel sind die Arbeitsraten, die mir auch richtig gut gefallen. Okay, S9, 75 kann man als negativ sehen, aber guckt euch diese, diese kranken Stats mal an, das ist einfach richtig nice und ja, wenn man da bedenkt, dass ein Grießmann noch da ist, Belinko bis Savic, klar hier auch noch zwei Segmente, auch eine gute Alternative, vor allen Dingen positionsmäßig gesehen, Pogba ist aber auch da mit sieben Segmenten für 21 Stunden weitere und dann hier ein 95er Aua zu bekommen, ist keine schlechte Alternative, wie ich finde und da, wie gesagt, nur ein 87er-Gerated Squad, das gefällt mir richtig, richtig gut und wir werden dann jetzt mal gemeinsam hier abschließen, wir gehen erstmal rein in die Liga und da habe ich jetzt überhaupt kein Problem, auch mehrere Totskarten eventuell abzugeben, wir können jetzt hier von Neueste runtergehen, also wie gesagt, Totskarten ja im Tiefpreismodus, da habe ich kein Problem jetzt mehrere abzugeben, also da haben wir schon mal den Liga-Au-Spieler und da gehen wir mal an Tradable und Gold ein und wir haben auch den Totsk-Spieler am Start, also das auf jeden Fall schon mal abgedeckt, so was können wir jetzt hier, haben wir noch normale Goldkarten, die wir vielleicht abgeben können, na was habe ich da schon mal gesehen, Müller hätte ich auch kein Problem abzugeben, Falcao eventuell auch, Hernandez habe ich auch kein Problem mit, Mancini vielleicht, können wir auch mit dem Kolasinac, interessiert auch keinen, Richarlison könnten wir theoretisch auch abgeben, ah hier haben wir jetzt mal ein paar Goldkarten am Start, das gefällt mir auch schon mal sehr gut, Batra nehmen wir noch mit, da hatten wir ja Savic und so weiter am Start, Millic jetzt vielleicht alles nicht so perfekt, aber Navas nehmen wir auf jeden Fall noch mit, den habe ich eben gesehen, das wäre auf jeden Fall auch keine schlechte Alternative, den mal mitzunehmen, wo ist er hin, auf der anderen Seite als 89er, auch überhaupt kein Problem, den zu benutzen, ja und sonst denke ich mal, sollte das erstmal reichen, wir gucken mal, wie wir das Ganze jetzt hier aufbauen, weitere Spanier sind gerne gesehen, Martinez, Javi Martinez kann hier in die Mitte, der Link zu Müller, der kann natürlich hier vorne dann rein, dann haben wir Hernandez als Weiteren, der Link auch zum Franzosen, perfekt, Kolasinac kann schon mal auf die linke Seite da, Ruffier kann ins Tor, perfekt, der Link auch zu Hernandez, Savic können wir theoretisch schon mal nehmen, dann machen wir den Move, dann machen wir das und dann machen wir den Move, zack, was ist mehr Chemie, so oder so, kommt das gleiche bei raus, okay, ja und dann gucken wir mal, was wir generell noch als tradable Goldkarten haben, was haben wir denn da so schönes an High-Rated-Goldkarten, also wie gesagt, 87er Greatest Squad mit 93er Tots, das sollte auf jeden Fall kein Problem werden und ihr seht die ganzen Tots-Karten, die ihr im Verein habt, ihr werdet auch x-Millionen Tots-Karten im Verein haben, ja, so gerade seit 86er hätte ich auch kein Problem mit denen abzugeben, aber wo sind die Goldkarten hin, so viele Specialkarten, das ist ja unfassbar, ja hier, Hernandez, das passt doch perfekt, oder? Das passt doch perfekt, denn der kann hier schön auf die rechte Seite und jetzt brauchen wir noch zwei Chemie-Punkte, was für ein Rating reicht raus, 84er, nein, haben wir den 85er Fakau am Start, jawohl, perfekt, 67 Teamchemie haben wir jetzt hier am Start, ja, perfekt, 70 Teamchemie haben wir so, perfekt, was will man mehr, ja, ich würde sagen, perfekt, das können wir jetzt so abschicken, 70 Teamchemie, das Ganze könnt ihr jetzt nicht 1 zu 1 nachbauen, aber ihr habt ja gesehen, ich habe natürlich auch primär jetzt Spieler benutzt aus dem Verein, ein paar sind komplett out of position, beziehungsweise bekommen keine Links, nur rote Links und insofern, ihr bekommt das selber hin, es ist das Ende von FIFA, ihr bekommt das auf jeden Fall hin mit den SPCs, wir geben jetzt folgende Spiele ab, Refier als untradable, Jesus Navas, Hernandez, Savic, Danabe Kolasinac, Batra, Javi Martinez, Savanye, Azar, Mitmüller und Falcao, also einige, wenn ich sogar fast alle untradable und damit gehen wir das Ganze ab und holen uns, 87er-Gradited-Squad und holen uns damit einen Aua, also geile SPC, wie ich finde, was ist eure Meinung? Zur Aua SPC gerne damit in die Kommentare eure Meinung und ich finde es auf jeden Fall nice, 85er, richtig gute Karte, kann man schön auf die Bank packen und als 6er-Sub schön einwechseln oder als 10er-Sub oder auf die 8 gut einwechseln, 87er-Gradited-Squad wirklich nicht zu viel, wir können mal kurz gucken, was der Spaß denn so kostet, ja, also 120k sagt Footbin, preislich, aber ihr habt ja gesehen, also eigentlich dürftet ihr den einen oder anderen untradable auf jeden Fall im Verein haben, das Ganze sollte auf jeden Fall kein Problem für euch werden, klar, die Foot Swap SPC, okay, vielleicht wieder ein bisschen überteuert mit den 10 seltenen, aber ihr müsst es wissen, wenn ihr alle Spieler haben wollt, mit zum Beispiel Courtois gehen wollt für 4 Token-Spieler und 10 für das Prime-Icon-Pack, dann müsst ihr, wie gesagt, diese SPC abschließen, Aua kommt auf jeden Fall ganz entspannt jetzt hier in den Verein und damit soll es das gewesen sein, mit dem Infovideo zu den Foot Stills, mit der kleinen Aua SPC noch am Ende, als kleinen Bonus und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allen Dingen informiert, ihr wisst Bescheid, habt jetzt wieder einen Überblick, was die ganzen Foot Stills angeht im Monat August und wenn ihr, wie gesagt, keinen weiteren verpassen wollt, dann bleibt doch gerne hier am Start, lasst gerne ein Abo da, Glocke aktivieren, nicht vergessen, aktiv sein, kommentieren, abonnieren, Daumen hoch da lassen, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice und damit sehen wir uns hoffentlich morgen wieder bei der weiteren Squad Building Challenge, bin gespannt, was morgen rauskommt und damit ja, bis morgen, euer Flo von Archie Gaming, haut rein und bis zum nächsten Mal, ciao Leute! und bis zum nächsten Mal, ciao Leute! und bis zum nächsten Mal, ciao! und bis zum nächsten Mal, ciao Leute! Vielen Dank.